Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spore. In der letzten Folge haben wir die Zellphase so weit erfolgreich abgeschlossen. Uns ist zumindest ein winzig-winzig kleines Gehirn gewachsen. Und was das zur Auswirkung hat, das werden wir sehen. Beim Schwimmen im Schlamm kann dir keiner das Wasser reichen. Wenn du bereit bist, die große Weiterwelt zu erobern, klicke auf Weiterentwickeln. Und genau das machen wir jetzt. Wir entwickeln uns jetzt weiter. Und hier sehen wir unsere Geschichte, die Zeitachse. Wunderschön, wunderschön. Ach ja, wir hätten auch noch allesfresser werden können. Beziehungsweise wir sind ein bisschen allesfresser, weil wir haben am Anfang lauter Pflanzen gefressen. Dann sind wir hier Richtung Pflanzenfresser. Und dann haben wir aber nur noch Fleisch gefressen. Und hier haben wir drei andere gegessen. Und hier haben wir acht andere gegessen. Oh, wir hätten sogar noch so ein Ding gehabt. Egal. Und sind jetzt eher Richtung Fleischfresser. Und ich denke mal, wir werden uns hier in dem Bereich... Ich meine, allesfresser ist wahrscheinlich sogar die beste Lösung. So wie wir Menschen halt. Wir können Fleisch essen oder pflanzen. Oder beides. Und hier sehen wir genau das erste Zeitalter. Und das bestätigen wir mal. Und jetzt Landung. Oh yeah. Ja, und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, auf unser Dasein im Wasser zu verzichten. Und vielleicht mal ein bisschen an Land zu gehen. Und jetzt ist die Frage, was für Beine wären dafür cool? Ich denke mal die hier. Ja. Also wir haben jetzt nicht so viele Punkte. Oh, wir haben sogar eine Wirbelsäule. Krass. Können wir... Äh... Okay. Äh... Okay. Eigentlich wollte ich... Hier die Wirbelsäule ein bisschen aufrichten. Oh, ja, das geht. Ja, das geht. So. Hier den letzten Wirbel ein bisschen runter. Damit wir so ein bisschen was wie stehen können. So. Oh nee. Ein Mund. So. Und... Ja, sehr zielgerichtete Augen. Wir sind ja ein Fleischfresser. Wir brauchen ein Jagdinstinkt. Gut, sowas wie Arme... Ist uns jetzt nicht unbedingt vergönnt. Keine Ahnung, ob wir damit überleben können. Aber wir probieren es einfach mal. Wir haben Beine. Und wir können direkt aufrecht gehen. Das ist... Äh... Ziemlich cool. Kreaturenphase. Epidemalschichten werden erzeugt. Metaphyta vertreiben. Ach ja, ein Traum. Ach ja, und hier sehen wir jetzt andere Spezies. Da sind wir. Wir sind nicht süß. Los, meine Freunde. Wir werden diesen Planeten unterjochen. Ja, ja. Krebsmännchen. Krebsmännchen. Sorry, auch daran musste ich gerade denken. Äh, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, aber... Krebsmännchen. Ein neuer Tag bricht an. Für dich... Ach, und für dich eine seltsame und wunderbare Welt. Luft füllt deine Lungen, als du deine Gliedmaßen ausstreckst und deine neue Heimat betrittst. Das Festland. Und das Evolutionswetterrennen hat begonnen. Man fällt gerade ein, wir sind nicht einmal gestorben. Wir sind einfach eine super krasse Spezies gewesen. Das liegt gar nicht daran, dass wir auf Leicht gespielt haben. Nee, nee. Du bist nun eine Kreatur umgeben von deinen Nestgenossen. Na, wir haben ein Nest. Um dich weiter zu entwickeln, musst du andere Spezies auf diesem Planeten kennenlernen und DNA sammeln. Neue DNA bringt deine Fortschrittsanzeige voran. Dann sehen wir es uns einmal an. Das ist wie vorher. Da oben Ziel. Ah, fressen. Du bist ein Fleischfresser. Ja, Gebäude, um zu fressen. Okay. Finde ein neues Teil, um dich weiterzuentwickeln. Okay. Den können wir direkt essen, oder? Wow, ist das... Weißt du, der schläft da so. Und will einfach nur seine Ruhe. Und wir fressen ihn einfach. Alter Schwede. Können wir eigentlich auch das da essen? Ja, können wir. Boah. Äh. Oder auch nicht. Rapix. Ja, da ist jetzt die Frage... Ah, das ist ein Pflanzenfresser. Okay. Okay. Wer ist das denn? Du bist auf eine neue Spezies gestoßen. Willst du ihn zum Freund oder als Feind haben? Nimm eine Haltung ein. Dann kannst du deinen neuen Nachbarn entweder ansingen oder anfauchen. Wollen wir Frieden mit dem oder wollen wir direkt Krieg? Ähm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was haben wir denn hier? Ich würde sagen... Ich würde sagen, wir machen erst mal Frieden, oder? Äh. Nein, 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 nein. Ich will ihn nicht. So. Ansingen. No, 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 no. Ist das ansingen? Ah, nicht. Verbindetenruf. Ach, verdammt. Das wollte ich gar nicht. Ach, hier. Sozial halten. Aha. Sozialisieren. Arme die andere Kreatur nach, um sie zu beeindrucken. Was? Okay, ich habe einfach geklickt. Gut gemacht. Der Sieger bekommt die Beute. Du bist auf dem besten Weg zu einem größeren Gehirn. Und einem schlaueren Ich. Cool. Okay, der hasst uns jetzt nicht unbedingt. Aber ich glaube, er ist jetzt auch nicht sonderlich amuse von uns. Ich würde gerne nochmal mit ihm irgendwas Cooles machen. Wir wollen ja Freunde sein. Dieser Smiley. Ich finde ihn super. Ich hätte gerne den grünen Smiley hier auch so. Ach, beeindrucke zwei Rapix und verbünde dich mit ihnen. Okay, also ich muss noch einen zweiten Rapix finden. Alles klar. Und ich muss noch ein paar andere Leute zerfleischen. Äh, Alpha Rapix. Äh, ich versuche mal den Nenndomalen zu beeindrucken. Hallo. Ja, wir können reden oder sowas in der Art. So, und mit dem Alpha Rapix können wir uns jetzt vielleicht sogar verbinden. Ich meine, das ist ja Anführer. Ja. Ja. Okay, wir können ja eh nur singen. Also so viel können wir gar nicht falsch machen. Was? Warum? Junge, wir sind doch Bros. Solltest du lieber froh sein. Ja. Solltest du lieber froh sein, wenn ich dich mag. Ich könnte dich auch essen. So, was ist das? Du hast ein neues Teil entdeckt. Stell dir vor, was für cooles Zeug du noch auf größeren Skeleth-Kreaturen finden kannst. Oh. Also wir könnten uns jetzt instant paaren. Muss aber auch nicht sein. Also wir sind auf jeden Fall Freunde. Ja, aber ich hau trotzdem auf, weil wir wahrscheinlich ein Fleischfresser sind. Finde deinen Partner. Ja, okay. Können wir irgendwie... Oh, wir können sogar sprinten. Krass. Okay. Oh nein, 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 nein. Ich will kein Battle. Ich will... Ich will meinen Schatzi. Schatzi! Schatzi, wo bist du? Ich will mich evaluieren, bitte. Du bist definitiv nicht mein Schatzi, aber du scheinst mich zu... Ich schein... Okay, also die scheinen uns schon mal nicht umbringen zu wollen. Was ganz cool ist. Weil sonst wären wir gerade ein bisschen... Uncool unterwegs. Oh, da vorne ist noch was. Äh. Ist ja was. Uh. Ich hätte gern Arme. Und wir haben tatsächlich sogar noch schnell Arme gefunden. Das ist super. Oh, diese Düse da hinten, ne? Ich glaube, die brauchen wir echt nicht mehr. Okay, ich sag dazu jetzt nichts. Wo kam das Ei? Egal. Also, ich würde mal sagen, diese Düse hier brauchen wir wirklich nicht mehr. Wir bräuchten jetzt... Oh, shit. Haben wir jetzt viel. Boah. Boah, man. Das sind Muckis. Yo. Ich glaube, die Stacheln hier können wir auch weghauen. Die lassen wir erstmal noch, weil die einfach cool und bedrohlich aussehen. Und wir wollen unsere Feinde ja ein bisschen abschrecken. Ja, die sollen schon wissen, mit wem sie es zu tun haben. Dann könnten wir vielleicht noch... Haben wir hier richtige Hände? So. Ach nee, okay. Das sind eher so Affengeschichten. Okay, nee. Das wollen wir nicht. Ja, also ein bisschen kräftigere Zehen. Das ist okay. Wie viele Punkte haben wir noch? 57. Aber wir könnten uns hier vorne so... Oder hier so ein Iro... Ja. Keine Ahnung, ob das cool ist, aber... Nee, eigentlich bringt der überhaupt nichts. Wenn wir mal ehrlich sind, bringt der überhaupt nichts. Ähm... Ja, genau. So ein Prunkpuschel. Das ist ein Status-Symbol, Mann. Wir haben einen Prunkpuschel. Oh yeah. Knochenknie. Hm. Das ist auch gut, glaube ich. Was bringt das? Gesundheit. Okay, mehr Gesundheit ist super. Aber eigentlich hätte ich auch gerne noch einen besseren Mund, weil mit dem Ding kann man da kein Mensch essen, ey. Okay, wir brauchen 25, dann müssen wir unseren Prunkpuschel wohl doch... Die Stachel möchte ich ehrlich gesagt erstmal noch behalten. Oder die Knieschoner. Ne, komm, packen wir die Prunkpuschel mal weg. So, und jetzt ist die Frage, wollen wir so ein... Nein. Ja, das ist so ein normales Cowling, glaube ich, oder? Was ist das? Ein Schmatzer. Also schauen wir mal. Alles Fresser, alles Fresser, alles Fresser, alles Fresser. Gut, also es ist grundsätzlich schon mal Wurst, was wir nehmen. Okay, ich würde sogar eher sagen, wir nehmen jetzt so ab und hier. Und machen den ein bisschen breiter. Aber auch ein bisschen flacher oder so. Boah, brutale Evolution gerade hier. Also da hat die Natur nicht gespart. Yo. Ja, ich glaube, so kann man das machen. Wer gegrinst hat. Okay, der ist cool, der Mund. Der ist cool. Hallo. Hallo. Wie ist denn den Augen auf? Ja? Um angreifen zu lernen. Ja, Mann. Okay, tanzen. Tanzen. Ja. So, unsere Mutti hat uns was gelernt. Sehr gut. Und schon sind wir erwachsen. So, und jetzt essen wir den Typen hier erstmal. Schnubbili, schnubbili, schnubbili. Gibt es denn irgendwo eine Hungeranzeige? Ach, das ist die da unten wahrscheinlich nicht. Ich esse den gerade komplett ohne Not. Aber ich kann jetzt auch Früchte essen, oder? Probieren wir es mal. Ja, ich kann jetzt auch Früchte essen, ohne es auszukotzen. Okay. Also, da sind unsere Freunde hinten. Ich sehe gerade hier unten auf der Minimap, dass hier eine andere Base ist. Was ist das mit euch? Ich will Beef. Jage diese Spezies, um sie eines Tages auszurotten. Na, na. Wird Staufmucken. Wird Staufmucken. Na, komm her, du. Ich werde dich. Oh, das ist sogar der Alpha direkt. So, das war jetzt nicht unbedingt beabsichtigt, dass ich gleich den anführe zur Fleische. Aber okay. So. Wer will als nächstes? Du. Ich werde euch aus. Du kannst mir nichts tun. Du bist ein Pflanzenfresser. Du bist. Da. Ist hier noch irgendwo einer? Also wenn, dann müssen wir sie schon gleich ausrotten. Alles andere. So, und jetzt versuchen wir uns zu verbünden mit den übrigen. Weil sie eh keine Wahl haben. Weil sie eh keine Wahl haben. Ah, wenn wir die, wenn wir die Erlegten dann essen, kriegen wir unser Leben regeneriert. Offenbar. Ja, ich habe sie ausgerottet. Echt jetzt? Das Gehirn ist gewachsen. Intelligenz. Du bist ein wenig schlauer geworden und hast deinen ersten Schritt Richtung Bewusstsein gemacht. Du hast die Fähigkeit erlangt, Verbündete für deinen Rudel zu gewinnen, die dir bei deinen Abenteuern helfen werden. Ah. Okay. Jetzt esse ich den erstmal. Also haben wir die doch nicht ausgerottet. Hm. Ich habe einfach nur genug Punkte. Okay. Nee. Ich möchte. Ah doch, wir haben die ausgerottet, oder? Warum ist da jetzt so ein Totenkopf? Weil die ausgerottet sind, oder weil es Feinde sind? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich meine, hier wäre einer geflohen. Den wir nicht erwischt haben. Oh, das ist ein Skelett. Sehr gut. Sehvermögen. Okay. Sehvermögen ist auch gut. Was seid ihr für Typen? Die sind auch Pflanzenfresser. Ah, weiß ich nicht. Ich hätte das Ding gerne, bitte. Dankeschön. Nee, ich schaue mal, ob ich noch coolere Freunde finde. Sorry. Jetzt kann ich nicht mehr sprinten, oder was? Ich konnte doch mit Shift sprinten. Ja, oftmals nicht mehr. Toll. Ah ja, das sind unsere Freunde. Die sind cool. Das sind so auch Pflanzenfresser, aber das sind die ersten, die wir gesehen haben. Die essen wir natürlich nicht direkt auf. Nur die zweiten. Mhm. Das sind auch Pflanzenfresser. Haben wir auch irgendwelche Fleischfresser da, die uns helfen, alles zu essen? Oh, die haben Gift. Oh, die haben Gift. Das ist cool. Die können wir gebrauchen. Als Verbündete. Hallo. Ja. So, und jetzt müssen wir jetzt einen anderen beeindrucken, oder nur ihn? Ah, wir müssen jetzt wohl einen anderen beeindrucken. Okay. Beeindrucken wir dich. Krasse Stimme, Alter. So, und jetzt den Alpha hier. Jawoll. So, und kann ich den jetzt in meine Rudel aufnehmen? Irgendwie. Die Engelshülse sind deine Verbündeten. Du kannst ihr Nest nun für Heilung verwenden, oder sie deinem Rudel hinzufügen. Und wie geht das? Leute, müssen wir es doch erklären. Sprinten. Ach, Sprinten ist doch Schiff. Hm. Ja. Was ist jetzt passiert? Ach, jetzt sind wir Verbündete. Kann das sein? Hallo Freund, du hast... Ah, nee, ich hab's richtig gemacht. Perfekt. Du hast deinem Rudel eine Kreatur hinzugefügt. Du kannst jagen, singen oder tanzen. Über die Wiese hüpfen. Was du machst, sie machen es nach. Cool. So, dann würde ich sagen... Hallo Kumpel. Lass uns mal ein paar andere ausrotten. Ich könnte mich noch ein bisschen evaluieren, ne? Wobei, ich finde mich eigentlich ganz gut, so wie ich bin. Wen haben wir denn da? Die besetzen hier den Platz am Wasser. Äh, das mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gern. Wo sind eure Beine? Okay, hier ist noch was, was wir mitnehmen können. Also, ich muss schon sagen, das hier ist mein Platz, Freunde. Ähm, deshalb werde ich euch jetzt essen. Gut, nur zur Info. Ja, und unser Kumpel hilft uns. Geil. So, und jetzt isst den. Du hast Hunger, ich seh's doch. Der Hungerbalken ist schon wieder am Start. So. Ähm, da vorne ist noch einer. Wir können die natürlich nicht überleben lassen. Das ist ja... Versucht er ins Wasser zu fliehen? Ich fass das nicht. Ja, werde ich halt noch. Das ist, das ist nicht sonderlich schlau, aber okay. Und da ist unser Kumpel, der uns wieder hilft. Ja. So funktioniert das mit Verbündeten, mein Freund. Ja, ich würde ihm was abgeben zum Essen, aber... Ist ja ein... Ist ja ein, äh... Pflanzenfresser. Hier, den Alpha-Bob hier. Den essen wir jetzt auch noch. So. Junge, wir müssen das leider tun. Weil ich DNA brauche. Jawohl, 10 DNA. Es bringt wohl was, Alpha-Rudel-Typen umzulegen. Ach, und das reicht dann wohl, um die ganze Spezies auszulöschen. Alles klar. Ich muss nicht jeden erwischen, sondern ich muss nur den Alpha ausrotten. Okay, dann essen wir den Alpha jetzt einfach mal. So. So. Wir haben noch ein paar gute Happen Alpha. Genau. Und dann reden wir einfach mal eine Runde mit denen und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Denn wir müssen mit unserer DNA, wir sind ja hier mit der DNA und wir müssen damit bis hier, um Technologie zu erforschen. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, müssen wir auch spätestens bis hier, ähm, unser vollständiges Aussehen haben. Weil so wie wir dann aussehen, so werden wir für immer bleiben, weil danach entwickeln wir uns nur noch technologisch weiter. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Von dem her würde ich sagen, ähm, schauen wir einfach, was in der nächsten Folge so passiert. Schreibt euch, äh, schreibt gerne, wie gesagt, eure Ideen in die Kommentare, wie ihr das Let's Play hier findet, gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.